Ich bin zwar komplett nutzlos, aber ja. Also alles wie immer, passt. Wo ist denn der scheiß Drill? Das ist ja belastend. Wieso? Ja, weil dahinter mir schon wieder ein Fettagent rumkriecht. Hier in der Lobby, also im Employee-Bereich. Glotzi, welchen Volt machst du denn auf? Alle. Äh, Glotzi, kommt zu dir. Weibermann ist jetzt in der Lobby. Beide Lobby, beide gehen jetzt hoch zum Board. Beides sind verwirrt. Fuck ey. Hallo, Glotzi. Hello. Feuermann hat mich im Strasse. Fett kommt hoch. Alter, richtig Action hier. Der Feuermann hat mich im harten Strasse und ich bin weg. Fett ist ganz oben. Alter. Feuermann kommt. Das ist geil. Und Fett ist oben im Vault. Ja, Glotzi, du spielst aber auch mit dem Tod, ne? Ja. Der Tod, der Tod. Äh, du in die 3 wolltest zur Auswahl. Viel Spaß. Das ist ja jetzt beschissen. Ja, warum hattest du eigentlich so viele Bomben? War das die Maske oder was? Die Greenwood-Maske. Äh, trotzdem hast du so wenig... Also noch so viel HP gehabt am Ende? Ja, es tickt ja langsam runter. Kommt angelaufen, meine kleinen Freunde. Kommt angelaufen. Jetzt sind beide oben. Übrigens, Johnny ist Feuermann. Ah, okay. Du kannst jetzt in den Vault hineingehen. Denen obachen, weil jetzt schauen sie immer nach. Ja, also so blingend ist nicht mal er. Auch wenn er mit dem Rücken, ich glaub nicht. Doch. Also 100 pro, wenn ich da jetzt rein spaziert dreh, dass der Junge kommt hinter mir nach. Aber es ist kein Pieper drin, also. Ja. Aber jetzt guckt er grad Camps, glaub ich, oder so. Ja, ja, ja. Ah, er bewegt sich. Er kann grad keine Camps gucken. Ich glaub, er tut so, als würde er Camps gucken. Aber fakt ein bisschen. Um den Überraschungsmoment für sich zu haben. Bewegt sich jetzt. Schaut jetzt wieder runter. Aha! Siehst du? Achso! Ja! Gut, aus Gewonnen! Äh, dann räumen wir unten Vault 3 aus. Ja, den ganzen Keller mit den ganzen Goldbrauen drin. Johnny hat nen Fallschirm, Sas. Jetzt kannst du da hochgehen. Die Blüsen da oben drin. Äh, 48 oder sowas, glaub ich. Und nen Donut. Drei. Warum gibt er sein Sasso auf? Ich weiß es nicht. Vor allem, es ist ja nicht so, als ob er einfach rumgeht, so wie wir es die ganze Zeit machen, sondern er sprintet einfach hoch. Und nen kleinen Hauch. Ich kann auch den großen Aufschießen von außen, die Wand, und einer ist drin und geht direkt rein oder so. Naja, wir spawnen eh drin. Ja. Als Insider. Wollen wir rushen oder nicht? Ich würd mal aufdrillen, den oberen. Und den unteren können wir dann auch noch machen, theoretisch. Also den oberen, äh, den kleinen durch die Toiletten, ne? Äh, ja erstmal den großen. Okay. Ja, dann lass's bisschen ruhiger spielen. Wenn man das Fenster aufschießt, dann mach ich da irgendwann die Wand auf. Zum Wald. Dann darf jetzt halt keiner sterben. Das ist kein Problem. Äh, ich such grad wo der zweite Drill... Ah, der zweite Drill ist unten, okay. Also der, der ist quasi am Weg zu den Toiletten. Gut, dann mach ich mich da auf den Weg hin. Okay. Ich geh mal Treppen auf. Drill. Drill. Dräht raus. Bombe. Wurde rausgeschmissen. Oder ne, Cam. Cam wurde runtergeschossen. Erster ist durch, ne? Erster ist durch, ja. Wir haben ja einer, die bei dem Bücherregal das Fenster aufschließen. Dass ich da die Wand aufschließen kann. Zweiter läuft. Moment. Der Volt, den du aufschließen willst, ist aber schon offen. Ich lass dir jetzt mal aufbauen. Ja, dann sind es sich beides bei. Der schaut sich den Kran an. Soll ich ihn einfach killen? Ne, da macht er nix. Das müsste da Toilette gewesen sein. Ich hab einen. Okay. Oder gehen NPCs über Erdhaufen? Das weiß ich nicht. I know. Ich hab einen. Doppelspire. Ja. Ist in den Toiletten drin, Johnny. Warte, wo bist du? In den Toiletten drin, 202. Ja. Ich kann den killen, aber... Ne, wie kann ich dir helfen? Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Ne, die macht grad den anderen Volt leer. Könntest du irgendwo Action machen, dass er nicht in so ein Board guckt. Ja, okay. Schau mal da in den Customer-Bereich. Da in der Mitte. Beobachte den einmal ein bisschen. Einer ist aufs Dach hoch. Ja. Johnny? Willkommchen. Ich hab ihn sogar gekillt, Junge. Kommst du da raus? Ja, gut. Du hast noch 1000 Postbrauch. Ja, reicht, reicht, reicht. Muss halt schnell machen, die werden gleich kommen. Warst du drüßen dran? Nein. Ich glaub, oben war jemand. Das kanns sein. Das war ich. Ja, wo du den Toiletten dran machen, das musst du auch halten, oder? Oh, alles bei. Aha, da ist schon mal einer. Alles bei. Geht jetzt runter. Den jetzt im Auge behalten. Weg. Scheiße, Rüser. Hinter dir. Hinter dir. Ah, da ist er. Aber anscheinend fix war's keiner. Kämpf's denn wieder an, oder? Nee, nee. Wenn der da ins... Der andere wird halt draußen sein, ne? Muss badern wahrscheinlich. X. Okay, doch nicht. GG. Okay. Cool. Ich weiß nicht, warum er das nicht guardet. Vielleicht haben sie es nicht hinzukommen. Oder er dachte, das sind nur 3K von den Dingern oben, oder so. Mach direkt Camps aus. Traffic ist auch schon daheim. Zuhause. Ich weiß, ja. Wird er voll aus. Für 15 Minuten. Alter. Ich bin neben Traffic Hop und Cyberpolice runtergesprungen durch Fenster. Hoffentlich hat er mich gesehen. Ach, es war kein Traffic, aber okay. Das war auch rein. Jetzt wird es durch. 92! Wer? Äh, Cyberpolize. War oben. Ich dachte, die sieht nicht mein zweites Mal vielleicht. Uh, Cyberpolize in der Lobby. Ja, hat es nicht gesehen. Jetzt ist ein Loch drin. Oh je. Aber ist das nicht nur die Wand in den Nebenraum? Nein, das ist die Wand raus. Ist auch noch unerweiger. Fürs geschwinde Geld raushauen. Holst du einen Kloloofen? Gut gemacht, Steve. Ach, kämpst den Damen. Jetzt. Ich mach sie wieder aus. Gut gemacht, Eni. Danke. Hab mich sehr bemüht. Kannst Drohne fliegen. Ist mir leider nicht so viel Geld. Ich bring mal 15k weg. Ja. Officer ist da in der Lobby. Er entdeckt jetzt die ATMs. Läuft raus. Ähm. Aber nach links weg. Also nicht in deine Richtung. Passt. Ist jetzt hinten. Läuft glaube ich runter. Ich mach mal was zum Ablenken. Ich mach mal was zum Ablenken. Natürlich. Ist mit Drohnen schon wieder im Arsch. Natürlich. War kaum da schon. Hahaha. Siehfalter. Das geht nicht übrigens jetzt runter. Alter. Glossier hat es runter geworfen. Camps sind wieder an. Ehe nie dein Job. Bin dabei. Officer ist draußen. Ist wieder raus. So, dann gehen wir ihn mal. So, das ist ja eh offen. Officer ist beim Geld. Main Hall. Beide Main Hall. Einer kommt im Mitarbeiterbereich. Und der ist doch noch da. Cyber Police. Es sind immer noch beide Runden. Jo. Cyber Police läuft jetzt hoch. Ja. Okay. Das ist ja. So dumm. Er war halt dumm. Cyber Police ist im Wald. Einer Stiefe sieht übrigens gleich aus. Okay. Wo sind die gerade? Einer war da hinten. Platz hier unter dir ist... Officer. Der kommt gleich wieder zu dir. Ja, ich bin schon wieder weg. Was ist denn das Geld? Da unten? Ich komm nicht runter. Ja vorne drinnen. Einfach draußen. Nee, links rum. Was ist das? Hä? Du kannst doch da raus. Egal. Hauptsache raus. Wirst du eh nie ein Tricks damit? Jetzt rechts. Ja, okay. GG. Cyber Police hört sich's grad. Versteh ich. Äh, Glossi bist du... Okay. Challenge accepted. Ich wollt grad fragen, ob du sicher bist mit der Maske. Das ist okay. Ja, war ich eigentlich sicher. Okay. Er zerft stört den Schuh. Was ist denn? Was kam unerwartet? Sag ich. Er klotz die Wallcracker-Spieler. Aber das ist doch egal, ob er ein Wallcracker-Spieler oder nicht ist. Warum bin ich default-Kleiner? What the fuck is das? Er weiß es nicht. Er weiß es echt nicht. Er weiß es echt nicht. Ehm. Ehm. Irgendwo ist... Äh. Bei mir läuft hier ein NPC auf dem Tischraum. Also im Kreis. Witzel ist in der Lobby noch. Wo ist denn da scheiß drin überhaupt? Ich seh ihn da hinten. Bei der Bar oben. Also bei der kleinen Bar. Nicht beim Café, sondern da hinten beim Barbereich. Ja. Vorsicht, äh. Ich mach ein Glas über dir auf hinten. Jetzt nicht, weil der Witzel ist grad vorbei. Wo seid ihr? Wo sind denn die ganzen Cops? Ich will mal 5000 haben. Witzel! Witzel läuft hoch. Okay. Soll ich den... Wo soll ich den hin droppen? Den Drill? Ja. Oder was? Äh. Ich würd mal da in dieses... Ich mach Feuer an, dann machst du den da rein. Dann können wir da den kleinen Vault rein. Ja. Drill steht. Glotzi. Glotzi. Du Bärmenstart. Das ist ein falscher Rang. Aber ich hab ja nichts mehr mitgekriezen. Glotzi und die Dächer. Ja. Äh. Nein. Äh. Freiflug mittels Grapplinghook. Alter. Das macht die Leute mal so. Äh. Äh. Jetzt kannst du eh alles machen. Jetzt ist nur noch ein AFK-Cock. Da wollte ich eigentlich rein, Lucas, dass ich den aufmachen kann. Das Schönste kommt von oben. Hui. Ich folge dir aber unauffällig. Ich folge dir aber unauffällig. Hier kann ich. Ich wusste gar nicht, dass der Mini, äh, auch Pistolen ausrüsten kann. Ja. Gute Idee. Was? Als kleiner kann er also nicht. Äh. Okay. Dann ist er grad bei mir verpackt. Weil... Er schwebt in der Luft, als kleiner. Bim, 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 bim. Achso. Wo du... Ich hab kurz noch ein paar Mal erlebt. Alter, dieses Spiel ist buggy. Jo. So. Lucas, bist du bei dir groß oder klein? Eben, groß. Sonst geht's dir gehört auf ihm. Na eben. Ja, schau mal in den Stream. Ey. Ach, AFK-Cock wahrscheinlich. AFK-Cock. Random. Oh, ja. Okay. Bin ich zufrieden mit. Ah, Johnny ist schon weg. Wie, weg? Ja, im unteren Channel. Ja, ich geh ja schon. Bim, bim, bim. Haben sie denn auch eine Flasche dabei? Ah, ich bin selber eine Flasche. Äh, links oben unter der FPS-Anzeige. Okay, bei mir steht das nicht. So eine Friedenstaube oder sowas. Ja, du hast ja direkt am Anfang mit Glas kaputt gemacht, also... Achso, das heißt, sie verschwindet dann einfach und dann steht nicht da, dass du irgendwas an... Ja, ja. Oh, okay. Dann wird's wahrscheinlich das sein. Okay, jetzt ist klar. Pika? War ich nicht. Türe? Eine war ich, aber die andere war ich nicht. Die war ich. Agent unten. Ab wem? Oh. Was ist da passiert? Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, er hat Camps geschaut, aber... I don't know. Ich bin zu blöd für diese Leitern. Mach die Camps mal raus. Ich bin zu blöd für diese Leitern. Ich bin zu blöd für diese Leitern. Ich bin zu blöd für die Leitern. Ich bin zu blöd für den Leitern. Ach du bist du es. Nein. Ich will das nicht... Ich kann aber die Camps einschalten. Ja, ich bin schon da. Gut. Sorry. Keller passt. Nee, Keller, Keller, Keller. Ja. Hier steht bei den Juwelen im Spind und von mir. Backup unten. Sieht jetzt bei den Juwelen, dass Juwelen fehlen. Im Spind, das ist ja geil. Chimbali, wie ist der andere? Okay, nur noch Agent. Oben. Wahrscheinlich Arcades-Kamera. Ja. Ich weiß nicht, was der andere ist oder ob die beide Backup sind. Also Johnny ist Backup, aber ich weiß nicht, was sie äh Glotzi ist. Das weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich steht irgendwo AFK rum oder so. Oder er ist da oben der Typ und ist Spy. Das kann natürlich auch sein. Was? War das ein Grappling-Hog? 26,900. Das ist halt bei weitem nicht genug. Kann ich gewesen sein? Ich weiß nicht. Vielleicht war's die vorher natürlich zu. Die war ich. Wo lag denn das Geld herunten? Äh, im Schrank. Äh, im Schrank. Vielleicht wirklich beide Backup? Ich weiß es nicht. Es läuft aber halt immer nur einer rum. Ja. Ach, ist er nicht. Kamera. Schau mal in die Karte. Wenn du es nicht weißt. Der Typ da ist Zweiler. Der Rote da draußen, der jetzt nach links kommt. Kornhorn, könnte sein. Der hat sich so komisch dreht. Ich habe mich hekt da jetzt einfach. Ja. Jetzt hast du mich dabei gekehlt, kann dir nicht passieren. Ich gucke in die Lobby für dich. Also unten ist alles friedlich. Ich gehe auch hier jetzt gucken. Passt auf. Ansonsten vielleicht mit einem Bombenkoffer dann außen über die Leiter rein vor dem Vault 2 dann aufschweigen. Alter, das klingt jedes Mal so, als wäre das genau neben mir. Ja. Ist das da eigentlich so ein One-Way-Ding? Ach nein, da ist die Treppe dahinter. Okay, da ist die Treppe dahinter. Schau mal der Karte wieder. Äh, schießt er ein Fenster auf. Warum? Er kann doch schneiden. Ablenkung. Aber er sagt uns ja trotzdem, wo er ist. Weil das war das Fenster hier. Kann natürlich von draußen gewesen sein. Ich denke, er wird auf den Keller gehen. Zeige ich dir da jetzt echt schon was. Drei mal drastende Runde. Drei mal drastende Runde.